Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Spider-Man. Was geht hier in dem Live-Let's Play? So, wir werden um reinzukommen erstmal hier wieder ein paar Nebenmissionen machen, denn sonst drehe ich hier noch am Rad. So, wollen wir doch mal schauen. Da sind ein paar Dämonen, ne da nicht. Sind hier keine mehr? Habe ich die alle ausgeräuchert? Wow, okay. Ich scheine alle Dämonen plattgemacht zu haben. Das ist interessant. Und ein Problem für mich. Äh, wo ist... Komm, wir nehmen mal die Spider-Männer Nebenmissionen an. Oskorb. Oskorb Industries. Yes, Alter. Wie gut. Wie unfassbar gut. Oskorb und Industries. Yeah. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht mir unfassbar Spaß noch immer, obwohl ich schon so viele Folgen aufgenommen habe von Spidey. Also, echt geil. Kann ich jedem nur empfehlen, dieses fantastische Spiel zu zocken. Unfassbar gut. So. Yo. Na nu. Wo? Was ist denn hier los? Bei den Spider-Männern. Hops. Hops, ey. Das ist so geil. Meine Fresse. Ich glaube, ich sage es echt in jedem Part, oder? Aber es ist auch geil. Da ist das Theater. Samt Tatort. Mal rausfinden, was da passiert ist. Okay. Weder du am Regnen hier. Mann. Oha. Tut mir leid. Ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Hm. Ist der Kerl. Na? Bist du hier oben? Verdammt. Warte mal. Ich muss noch die... Den anderen. Ich wollte gerade tatsächlich sagen, den anderen Kadaver prüfen. Ich muss noch die Kadaver prüfen. Ach so. Schon wieder da? Wolltest du dich nicht nach dem Brand sehen? Stimmt. Bin unterwegs. Äh. Wohlang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang. Nach Süden. Danke. Hab mich etwas verlaufen. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Wer? Der ist denn? Der ist denn Chameleon? What? Geh doch mal weg hier. Riecht tatsächlich, als hätte es da hinten gebrannt. Scheiße. So. Danke. Und ab geht's. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. Interessant. Hau mal raus. Du bist zurück. Du bist zurück. Vielen, vielen Dank, dass du meine Freundin gerettet hast. Ich dachte, sie verbrennt. Gern doch. Ich will nachsehen, ob es allen gut geht. Aber der Rauch setzt mir zu. Wissen Sie noch, wo ich als nächstes war? Sorry. Hab meiner Freundin geholfen. Ich denke, du bist wieder da hoch. Danke. Grüß an ihre Freundin. Dieser falsche Spider-Man hilft also Menschen. Aber was er tut, ist gefährlich. Ich muss ihn finden. Hat mein anderes ich etwas zurückgelassen? Nein. Verdammt, ich wollte den Spinnensinn aktivieren. Nicht seine Fähigkeiten. Scheiße, jetzt habe ich die Einzug-Kombo wegversaut. Nur mein Spinnensinn sagt, ich habe nichts. Doch, da. Da. Oh nein. Bitte. Er hat einen Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? Oh nein. Oh nein. Also tut mir ganz ehrlich leid. Den Scheiß hier hasse ich. Ja, wie die Best. Oh mein Gott. Ach nee. Nein. Nein. Oh scheiße. Der passt. Okay. Der passt auch. Nein. Der passt nicht. Oh kacke. Ich habe irgendeinen. Nein. Oh yeah. Der passt nicht, weil er da zu viele Dings hat. Der passt. Moment. Er ist zu dünn. Ich hasse alles hier. Nein! Was tut ihr mir hier an? Ich kann sowas nicht. Das ist absolut nicht mein sowas hier. Hä? Ja, aber genau hier. Aber warum? Ja? 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 Oh Gott Das passt Links und rechts passen Das heißt es bleiben ja nur noch Die Varianten hier Aber die können nicht passen Ach komm Ernsthaft Ja geil Ich hab doch nur noch die zwei Aber alles andere passt doch Hey Okay ernsthaft ich hasse alles wirklich mag gar nichts mehr ich raffe nicht was ich wieso das ergibt Sinn und der ergibt Sinn wenn ich der ergibt hier Sinn der ergibt da Sinn hier nicht hier ergibt nur der Sinn so das sind die letzten Player der ergibt da Sinn aber das kann nicht hinkommen das kann da nicht hinkommen aber der kommt auch nicht dahin oh yeah so was habe ich keine Nerven hmmm das ergibt Sinn und jetzt ergibt der auch Sinn okay der nicht aber der jetzt haben wir es meine Güte ADP Standard und leicht nachzuverfolgen er hat Löschmittel an sich wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme führt mich das direkt zu Spidey 2.0 er ist ein Fußgänger keine Netze keine Kräfte was er da macht ist Selbstmord Bruder ne ich wollte nur mal erwähnen das war scheiße ich hasse die Mischrätsel echt oh nö wo ist der der da sieht aus wie nach einem Kampf vielleicht weiß er was okay und machen wir so und so tschüss lass mich in Ruhe habt ihr schon alles gesagt der Deal steigt auf dem Dach ehrlich okay bleib einfach sauber ja hoffentlich komme ich nicht zu spät was wo hä der Deal steigt auf dem Dach okay interessant das ist er die Leute mögen ihn wohl ich meine mich das ist echt schräg gern doch werte Bürger entschuldigt mich da ist jemand in Not okay so rede ich nicht so redet überhaupt niemand lasst ihn gehen ja klar für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk wow hey Jungs ich bin nicht der echte Spidey nee bist du nicht mehr Zeit für Chancengleichheit oha alter wow ich schaffe das G ich soll die Chance verpassen dem echten Spidey zu helfen oh halt den Maul kann der bitte schweizer Gürtel wäre am Shikara Dojo ich wollte helfen die Legende verbreiten und so wenn du wie ich aussiehst erbst du meine Feinde und ich hab viele Feinde ja genau Schnauze da geh weg Achtung da kommen mehr ich nehm die mit den Knarren du den Rest oder dann bitte scheiße machen wir einfach so ne was schon was scheiße war anders geplant wo ist der denn von irgendwo werden wir abgeballert von wo oh shit du sollst sie doch nicht mit den Knarren nehmen man du Trottel ach du kacke da oben okay ich bin hier oben hallo tach blöd man wenn du der Gemeinschaft helfen willst hier in der Nähe ist ein Feast Center die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen gute Idee Mann was für ein Müll Schnauze Bruder Alter was hier abgeht tschüss Junge das nützt dir gar nichts hier halt dein Maul so und tschüss und tschüss danke und tschüss oh mein Gott Brudi halt dein Maul man hä was mach ich denn ein paar Kunststückchen oh no ich erledige sie eindeutig eine gute Idee Bruder hau ab da ist schon wieder einer zack sehr gut mich mal eben locker geheilt hä ich raff nur nicht wo die sein sollen die anderen war's das tach man echt krass wie hast du das geschafft mit vielen Beulen hey dein Herz ist am rechten Fleck aber wenn du so weitermachst gehst du drauf ja ist mir jetzt klar keine Sorge ich hänge den Anzug an den Nagel nie mehr Spiderman gute Idee außerdem braucht man kein Kostüm um etwas zu ändern hey echt guter Spruch den merke ich mir ja ich bin ich bin ein ich bin Vielen Dank.